11 ist 5, oder? Na, F9? Ich weiß gar nicht mehr. F11. Wo seid ihr Jungs jetzt, Pinecrust? Mit F11. Oh shit! Oh shit! Oh, mich hat er erschossen! Was macht ihr? Wir haben es gerade selber weggemacht! Ja, er hätte den... Giant Bank Bro Server! Was ist denn jetzt eigentlich so eine Banane, ey? Ich, ich auch jetzt. Wir haben gewünscht mal Feierabend für heute. Ja, wir auch. Ey, jetzt wo ich komme hier. Ja, du hast so lange... Wie ist denn? Ich kann nicht viel, dass die Karre nicht schneller fährt. Welche Karre denn? Na, das Moped! Ja, wir sind jetzt unterwegs. Können wir schon zusammen im Wasser arbeiten. Ich stehe jetzt fahr' ich ja mit meinem Moped und wollte auf die Kacke hauen. Ah, das Ding hat sich verbessert, wa? Von der... Ja, ja, fährst du nicht mehr so schnell um. Fährst du jetzt, kannst du immer so umhafern mit dem Ding. Na, den Manners. Bis vor. Ciao. Ich fahr' jetzt zur Wester. Beim Wasserturm. Ich brauch'n dir noch ein Moped. Bär, wie es fliebt seine Base. Bär, wie es fliebt seine Base, das ist hier. Bär, wie es fliebt seine Base, das ist hier. Hm. Ewig ges... Ja, da liegt's. Hast du wirklich ins Wasser gerutscht? Ja. Fick dich doch, du scheiß Kricke. Vielleicht komm ich ja noch an mein Zeug ran. Ich will das machen. Alter! Ich pisse... Das ist ein reißender Bach. Ne, ich bin hingerannt. Weißt du? Da stand... Ender Vehikel und die Karte ist in die Luft geflogen. Und ich hab' alles auf Video, gell? Und du bist Mitte in die Luft geflogen. Natürlich. Na gut. Das ist doch mega. Schöner Abschluss, würd' ich sagen. Hat mir gefallen. Ja, man. Ja, man.